Das ist Frank. Frank hat Interesse rund um das Thema Golf. Und er stellt sich die Frage, wie kann ich Golf ausprobieren? Nun, ganz einfach, raus geht's auf den Golfclub Gutwaldhof bei Hamburg. Der Golfplatz verfügt über ein riesiges Übungsgelände und einen 18-Loch-Golfplatz. Und das Beste, jeden Sonntag um 14 Uhr findet ein kostenloser Golf-Schnupperkurs statt. Hier zeigen die Golflehrer Olli und Felix, wie man so richtig den Golfschläger schwingt und die ersten Bälle fliegen lässt. Der Golfclub Gutwaldhof freut sich auf Franks und Euren Besuch. Einfach vorbeikommen, ganz ohne Anmeldung.